Hallo meine Lieben, hier haben wir wieder ein schönes Objekt. Das Objekt befindet sich im Alanya-Stadtteil Oba. Oba ist näher als Kestel oder Mahmudlar zur City. Und ja, mit dem Auto ist es etwa 5 Minuten zum Strand. Und da fängt auch der Sandstrand an in der Höhe. Aber zu Fuß braucht man in dem Fall ca. 25 Minuten, weil es ist mehr Richtung Berge. Und Richtung Berge bedeutet auch, man hat Bergblick. Das werde ich euch gleich zeigen. Und wir haben in dem Fall keinen Meerblick. Und wir haben in dem Fall alles möbliert. Ja, die Leute fragen manchmal, also wenn sie dann besichtigen oder kaufen, ja Mensch, ich brauche die Sachen gar nicht. Moment, ich gehe mal zu den Möbeln. Also das Bad ist schön groß. Wir haben zwei Bäder. Und dann sagt der Kunde halt, ja ich brauche das gar nicht, weil meine Sachen kommen aus Deutschland mit dem LKW. Das kann ich, das habe ich ja oft im Video schon erwähnt. Also ich kann das nicht empfehlen, die Sachen hierher zu bringen. Wir haben oft erlebt, dass es dann Schwierigkeiten gab. Muss nicht sein. Andererseits ist der Vorteil natürlich wieder, man spart sich das ganze Einkaufs-, Möbeleinkauf und so weiter. Und der Vorteil ist halt, wenn man spezielle Sachen hat, die es hier nicht gibt, die hat man halt dann. Also wie ist es jetzt als Beispiel hier in diesem Fall? Also das hier ist die Aussicht. Wie gesagt, es ist mehr Richtung Berge, also schöne Landschaften. Und natürlich sieht man aber auch die Hochhäuser daneben auch. Man hat im vierten Stock seine Wohnung hier. Und hier als Beispiel diese Möbel. Die sind zwar nagelneu, das ist Bad Nummer zwei, also wirklich groß. 105 Quadratmeter die Wohnung. Als Beispiel, ihr wollt diese Wohnung, weil sie euch gefällt. Drei Zimmer, zwei Bäder, schöne Gegend, 63.000 Euro. Nebenkosten betragen 300 türkische Lira im Monat. Aktueller Kurs müsst ihr selber nachschauen, weil der ist heute wieder mal unter neun gerutscht. Und 63.000 Euro. Jetzt ist es so, wenn ihr jetzt sagt, ja wir wollen die Möbel nicht, dann ist der schlechteste Weg, wenn ihr selber die Möbel verschärben würdet als zweite Ware oder so. Weil die sind ja teilweise nagelneu. Da würdet ihr am wenigsten dafür bekommen. Am besten ist es, wenn ihr halt, wir tun ja sowieso mit euch, wenn wir dann vor Ort sind und der Besitzer ist da, der Verkäufer ist da, tun wir sowieso am Preis, den besten Preis aushandeln für euch, gemeinsam mit euch. Und dann sagen wir halt, du, wir brauchen das nicht. Der Kunde bekommt das alles aus Deutschland zugeschickt. Und deswegen machen wir mal den Preis ein bisschen runter. Das ist der beste Weg, weil da kann man am meisten was rausholen. Okay, also falls mal das der Fall sein sollte, dann macht das so. Aber wenn ihr meint, Mensch, warum eigentlich, die sind gefallen uns doch, dann behaltet es, weil das ist dann auch nicht schlecht. Aber es muss natürlich jeder für sich selber wissen. Hier nochmal die Wohnanlage. Und es sind mehrere Wohnhäuser in dieser City. Und ja, hier euer Gang. Also wie gesagt, knapp 105 Quadratmeter. Und Aufzug haben wir auch. Hier nochmal von außen. Wir haben auch einen Gemeinschaftsparkplatz. Eine schöne, ordentliche Gegend. Und das Objekt ist auch gut gepflegt. Alles top. Ja, diese Außenfeuertreppen, das sind seit knapp 25 Jahren Pflicht. Es gibt aber auch Innenbrandschutztreppen. Gibt es natürlich auch. Ja, meine Lieben. Also wer Lust hat für diese wunderschöne, große Dreizimmerwohnung, der meldet sich. So viel mal erst vor mir. Versichtigungstermin können wir gerne machen. Und dann könnt ihr es vor Ort mal anschauen. Vielen Dank, bis zum nächsten Video.